ich bin wieder da jetzt 5 dorf 5 ist jetzt dran gleich mars ok leute jetzt zeige ich euch wie das hier funktioniert und geht ich mache dann komplett doch noch mal rein und dann machen wir meine sperre und dann machen wir heute tag und sehr schnell gehen sehr schnell gehen ja leute so machen wir uns um sie machen wir doch ja ja meine soldaten meine soldaten arbeiten gut kämpfen gut ja wohin müssen wir noch eiszauber benutzen also komm schon komm schon tag ihr seht die arbeiten sehr gut kämpfen sehr gut aber ich kämpfe auch sehr gut ich mache hier schon leute schau wir haben keine chance so einfach war das leute so einfach macht man diese komplette dorf hier platt mit meiner taktik mit meinen tipps seid ihr immer in erster punkt leute es das war's dann mal schön sieg wieder ja somit ist das crash mars zu enden leute ciao leute abonnieren nicht vergessen daumen hoch zu geben nicht vergessen ciao leute leute Vielen Dank.